Jörn und Jules zu einem neuen Let's Play Projekt und zwar zum Medal of Honor dem Remake oder ja eigentlich neue Auflage aus dem Jahr 2010 also den neuen Teil der ersten Auflage eigentlich ok ja schon länger nicht mehr gespielt und wenn eine neue Runde steht an so wir gehen einfach auf New so normal wir haben Safe Games in Progress ok Safe Games in Progress müssen wir einfach verschmeißen wir wählen mittleren Schwierigkeitsgrad und los geht's hallo Mustafa mhm Christrabbit turn that shit off ha ha gonna get bumpy you two good back there Roger we're good except for rabbit and his greatest hits of the hindu kush yeah well I'll take that over preachers hip-hop any day he might be the first guys shoot all right here we go this your boy mother negative threeks in a safe house in town these are his boys okay raja still eyes open wo in die Straßensperre von Taliban oder eben aufs Gebärderte gebertet dem in der er wieder melde Mann mal waren tableau in seinem bestand tun wir kommen ab als mittel umbauen die zweite Mal das Wenn wir die Taliban wären, dann wären wir wahrscheinlich schon längst tot. So, vor zwei da. Es ist so heiß, wir müssen aufs Klo. Oh, eine Ziege, äh, Ziegen ist immer ein schlechtes, äh, ein schlechtes Omen. Das ist ja eine Falle, it's a trap, it's a trap. Oh, kommt's. Es ist so viel wie, move. Hat er schon verstanden. Okay. What the fuck? Oh je 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 Bazooka-Joe wartet auf dem Dach Oh eh jetzt geht's los Zurück im Rückwärtsgang Ja oh oh, das hat mir getan so, und, oh, meine erste Kanone so, wir müssen woher müssen wir denn? oh, hört's mal auf, quatschen naja, mit, genau, man kann ja jederzeit immer die Munition auffüllen so, die hätten wir schon mal ach, renne down den Weg, Idiot so, haben wir Granaten, ja Munition bitte, Munition bitte, naja, gib dir mal keine du geiziger Hund du 12 o'clock, drum, ah Mut, weiteres hat und klar nachher müssen wir jetzt wieder durchstoßen ich bin nicht der jack und jetzt was soll ich das jetzt bringen bitte ach so der hat eine granate reingehaut ganz gescheiter das ist sozusagen noch das tutorial da lernt man wie man springt und wie man die waffe nachladet und wie man die türen öffnet so komm weiter da ja sehr das ist eine tür sehr schön und jetzt da oben bist du ein freund oder ein feind ja du bist ein freund immer schön die aus der flanke angreifen da haben wir mal eine granate rüber so und Kawusch hat's gemacht und tot ist er g ja du bist du bist du bist warte warte Sah wir werden Söder wo跟我 es war keine granaten mehr und er ist entdeckt so wie er reicht da oben aha okay also man kann auch durch diese holzbretter durchschießen roger 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 und jetzt tot okay was hält man hier für eine waffe ist irgendwas aufgeblinkt 47 27 schuss und also wenn ich jetzt mir munition holt also man kriegt nicht für jede waffe natürlich die organisation irgendwie verständlich ja und jetzt kill the lights das ist so mal sicher nicht so vielleicht das hat einen blenden mhm ach da verstehe ich schon und wie so wahrscheinlich night night drop your knives go black so das sind wir nachtsichtsgerät aktion so ja ich sehe die seh nix die seh nix die seh nix die seh nix ja okay wir sind eindeutig die viel besser ausgewicielten soldaten viel besser ausgewicielten soldaten Da wäre jetzt eine Granate schön, wenn wir eine hätten. Wir haben aber keine mehr. Clear. Okay. Weiter. So. Clear. So. So. Voodoo Voodoo. So. Voodoo Voodoo. Ich will endlich wieder Granaten haben. Hm. Mensch. Wieso drücken wir die Granaten? Die schicken dann auf so eine super geheimen Mission mit genauer zwei Granaten. Ja. Hier geht's hin. Wir müssen jetzt von der rechten Flanke angreifen. Wir müssen jetzt von der rechten Flanke angreifen. Stinker sein, die uns angreifen. So. Die zwei werden einmal erledigen. Ah, da auch eine lebt noch. Ah, dort. Ah, dort. So. Oh, oh. Was war das jetzt? Oh, Mann. Oh, Mann. Wie geht die ganze Scheiße zusammen mit der? Oh, Gott. Ach, diese Talibane. Fuck you. Alles macht uns kaputt. So. Voodoo, Rabbit. You okay? Yo, yo. So. We don't need to reach to tell us where the bad guys are. I think we know. Yeah. Right fucking here. You don't need anyone, buddy. Get outside. We can cover you. Okay. Randall, we're moving. So, du brauchst keine Munition. Ich brauch immer Munition. Munition kann man nie genug haben. So, wo ist er hin? Ah. Ach, jetzt geh ich von die Schuhe wieder von oben an. Nee, den wollt ihr abschießen, Mensch. Hey, wieso hast du Granaten? Schmei. Ich muss mich jetzt hier noch herwerfen. Aha, das ist eine... Okay, das ist eine Pumpgun. Eher für den Nahkampf. Oder aus kürzerer Distanz. Aha. Äh. Eher für ein F2 Buddy Booster. Ehh. 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 Okay. Ok. Oh, nice brother. Wo kann die Fenster gar nicht einschlagen? Und so geht das nicht. Aber achem lachem. So, die dürfen da irgendwie da vorne links irgendwo. Boah, die haben sich wieder super verschanzt. Und da oben sind ja schon welche. Taliban, Moro schießen, ja. Haben doch das noch durchschießen. Ha, die blöden. Die blöden Plastikziegen, die irritieren ja total. Ähm. Wo ist denn der Stinker? Da vorne, oder? Hallo! Ey! Das Schwein! Headshot! Aha! Ha, 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 ha! Was ist das? Ah, Granada! Multigranada! Sehr, sehr. Da sind keine mehr, oder? Ah, da vorne. Da sind keine mehr, oder? Ah, da vorne. Die Tür! Ah! 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 Torek, wenn er flippte, dann kann er es nicht machen. Geh runter! Oh, um Gottes Willen! Was war das? Eine Granate! Nein, keine Granate, eine Bombe! Eine Hostage-Bombe! Was war das? Nein, keine Ahnung! So, wer hat die Venn? Venn, 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 wir sind in der Location in der Nokia-Reek. Mal wieder, Nokia-Reek. Venn, du bist in Glück. Langley hat die Predator-Immagrie von Dismounts, um zu Bala-Hissar. Copy that. We're moving out. Let's not waste time. Move out! Move outa! So, wo müssen wir hin? Ah, da müssen wir aus. Drop down! Mother, Jimmy says they may have Tariq. Looks like a dozen dudes with guns and one prisoner. Let's hustle, Jess! Mhm. Geht nur vor, kein Problem. Ich halte mich im Hintergrund. Okay. Danke. Braver Bub. Das ist verdächtig ruhig. Weg. Oh, oh. Oh, oh. Mal mal oben lang gehen und den von der F... den flankieren. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Jaaaah! Ich liebe grenade supporting, yoo. So, clear, 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 alles gecleared, gecleared, so, das schaut nach einer volle aus, verdammt, Granaten wären nicht schlecht, ist da irgendwo in die Granaten, Kies D? Ja, supi, ja. Sperrfeuer! Oh oh. Die Stelle schaut mich verdammt blöd aus. Und da hinten der an dem stationären MG sitzt. Also das war jetzt ein totaler Blödsinn. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da hinten vielleicht Munition kriegen. Oder zumindest Granaten. Da ist leider nichts. So, jetzt müssen wir zuerst einmal die normalen Soldaten da wegballern. Und dann machen wir das nicht ruhig sein. Vielleicht kann man das Licht ausschauen. Na. Verdammt! Ist der hinter mir? Ah! Da ist ein Schwein! Und schießt mir in den Arsch hinein. Ah, was soll das? Ah. Hey. Ich muss echt mehr auf meine Deckung achten. Ich grafe mir von allen Seiten an, die Schweine. Ich hoffe, der ist keiner mehr. Haben wir da schon alles gecleared. Ja, schaut gut aus. So, dann müssen wir da unten schauen. Hey, eine Sniper Rifle. Cool. Aber ich möchte jetzt mal... Was soll, das haben wir Sekundär, haben wir jetzt den Sniper. Genau, das ist gut. Jetzt schauen wir mal, ob da unten irgendwo... Aber wir müssen den hier jetzt Deckung geben. Verdammt. So, dann kommen wir da vielleicht irgendwelche Kisten in die Luft, ja. So. Das gibt es keine explosiven Fässer. Das ist ja voll langweilig das Spiel. Ist da noch einer? Ist er? Ah, da. Meister, den könntest du von unten auch. Scheiße. Ah, jetzt werden Granaten lustig. Verdammt, daneben. Ah. Headshot. Cool. Na, endlich. Ah, der kann Sniper Munizieren. So, können wir da jetzt runterrutschen? Nö. Nichts mit rutschen. Ah, der Granatenkiste. Ich liebe sie. Ich liebe Granatenkisten. Granatenkisten sind das Schönste. Was soll ich? Gut zu gehen. Gut zu gehen, okay. Check, check, check. Ja, okay, geile Sache. Wir sehen uns gleich im nächsten Teil. Bei Let's Play, Medal of Honor. Bis gleich.